Hörverstehen Teil 1 Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 41 bis 45. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Nachrichten Berlin Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung kommt heute in Berlin mit Vertretern von Migrantenorganisationen zusammen. Bei dem Treffen im Kanzleramt steht die Umsetzung des nationalen Integrationsplans im Mittelpunkt. Damit werden die Initiativen von Bund, Ländern, Kommunen, Wirtschaft und Verbänden zusammengeführt, um die Eingliederung der 15 Millionen Menschen in Deutschland mit sogenanntem Migrationshintergrund zu verbessern. Karlsruhe Ein totaler Stromausfall hat ganz Karlsruhe am frühen Mittwochabend in Dunkelheit gestürzt. Um 17.36 Uhr löste ein Brand in einem Umspannwerk eine Kettenreaktion aus, die zu einem Stromausfall im gesamten Stadtgebiet führte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Weit mehr als 100.000 Menschen seien von der Panne betroffen gewesen. Berlin Mehr als die Hälfte der Bundesbürger ist einer neuen Studie zufolge zu dick. Zwei Drittel der Männer und 51% der Frauen sind übergewichtig. Dies geht aus einer neuen Ernährungsstudie hervor. Für die Studie wurden fast 20.000 Deutsche zwischen 14 und 80 Jahren zu Essverhalten, sportlichen Aktivitäten, Einkaufspraxis und Lebensstil befragt. Die Ergebnisse sollen dem Aktionsplan Ernährung der Bundesregierung als Grundlage dienen. Die Minister für Verbraucherschutz und Gesundheit wollen damit für gesündere Ernährung und mehr Bewegung sorgen. In einem gefährlichen Außenbordeinsatz haben zwei Astronauten der Internationalen Raumstation am Mittwoch ein Sonnensegel repariert. Kommandantin Peggy Whitson und Ingenieur Daniel Taney durften bei dem Austausch des Motors nur arbeiten, wenn sich der Orbitalkomplex auf der dunklen Seite der Erde befand. So sollte die Gefahr eines Stromschlags vermieden werden. Auch künstliche Lichtquellen wurden nur minimal eingesetzt. Als der neue Motor montiert und eingeschaltet war, verbesserte sich sofort spürbar die Stromversorgung in der ISS. Peking Im Kampf mit einer beispiellosen Schneekatastrophe soll Chinas Volksarmee Millionen Menschen zu Hilfe kommen, die auf der Heimreise zu den Neujahrsfeiern gestrandet sind. Mindestens 460.000 Soldaten seien im ganzen Land mobilisiert worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Vertreter der chinesischen Regierung begaben sich in die betroffenen Provinzen, wo tausende auf eisigen Bahnhöfen festsitzen. Der massive Wintereinbruch brachte in vielen Teilen des Landes den Verkehr zum Erliegen und führte zu Stromausfällen. Mindestens 50 Menschen starben in dem Wetterchaos. Bombay Genau 60 Jahre nach seiner Ermordung durch einen Hindu-Fanatiker ist die Asche des legendären indischen Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi vor der Küste von Bombay verstreut worden. Gandhis Urenkelin mischte die Asche Gandhis gemäß hinduistischem Ritus mit Wasser und schüttete die Urne über dem Arabischen Meer aus. Dafür fuhr die 75-Jährige mit weiteren Familienmitgliedern in einem Boot rund einen Kilometer aufs Meer hinaus. An der Zeremonie, bei der eine Polizeikapelle Gandhis Lieblingsstücke spielte, nahm auch die indische Innenministerin teil. Das waren die Nachrichten. Und nun zum Wetter. Ende des Tests Hörverstehen Teil 1 Hörverstehen Teil 2 Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Are wir Schauf lebt? Ich ne departments auf dem Achsellen. Ausgellenein deu Oddhungen. qualif-action? 兩 Okadense. Die阿国 und die Ausgabe natürlich auch eher sehen. Punkte in diesemctica oder sonstigen werden muss eigentlich meistens IT verlassen. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der aktuellen Ausgabe unserer Sendung Lokalkultur. Ich freue mich ganz besonders, heute im Studio Frau Katja Pesina aus Hanau begrüßen zu dürfen. Sie leitet dort das Kosmos Kino, ein Haus mit einer langen Tradition. Guten Tag. Frau Pesina, Sie sind heute aus Hanau zu uns gekommen. Sind Sie so nett und erklären unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz, wo das genau liegt. Ja, gerne natürlich. Also Hanau ist ganz in der Nähe von Frankfurt. Mit der Bahn ist man in ungefähr 20 Minuten am Frankfurter Hauptbahnhof. Gut. Wir haben Sie heute ja auch mit deshalb eingeladen, weil Ihr Kino kürzlich ein großes Jubiläum feiern konnte. Welches war das denn? Das war wirklich ein besonderes Fest. Unser Kino ist 100 Jahre alt geworden. Mein Großonkel hatte es schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts gegründet. Damals ein Kino zu gründen und noch dazu in der Provinz, das war doch sicher sehr ungewöhnlich. Wie kam es denn dazu? Mein Großonkel war eigentlich Wirth. Er hatte das größte Gasthaus im Ort. Es muss ein furchtbar verregneter Sommer gewesen sein, als eine Schauspieltruppe zu ihm kam und seinen Gastraum mieten wollte. Um seinen Gästen bei dem schrecklichen Wetter wenigstens etwas Unterhaltung zu bieten, sagte er zu. Die Schauspieler machten ein paar Mal ihre Vorstellung. Das waren so lebende Bilder, die sie mithilfe eines Projektors zeigten. Nach zwei Wochen waren sie verschwunden, ohne zu zahlen. Aber dafür ließen sie immerhin den Projektor zurück. Wann gab es denn dann den ersten separaten Kinosaal? Das war erst zu Beginn der 20er Jahre. Mitte der 60er baute mein Vater, der das Kino inzwischen übernommen hatte, den zweiten. Und Anfang der 70er Jahre, nach dem Tod meines Vaters, bauten wir dann den dritten Saal. Jetzt haben Sie gerade wir gesagt. Wer außer Ihnen war denn da noch dabei? Als 1972 mein Vater sehr plötzlich starb, habe ich mich quasi über Nacht entschlossen, das Kino zu übernehmen. Damals war ich erst 22 und arbeitete als Bankangestellte. Gab also die Sicherheit eines geregelten Berufs für ein Abenteuer auf. Aber das habe ich nie bereut. Es war einfach wahnsinnig viel zu tun. Und so stieg dann zwei Jahre später noch meine Schwägerin mit ein. Und inzwischen sind meine beiden jüngeren Schwestern auch noch mit im Team. Vier Frauen und ein Kino. Geht das denn gut? Ja, es funktioniert wunderbar. Es sind ja nicht nur wir vier. Insgesamt arbeiten in unserem Kino 14 Personen. Und uns Schwestern ist die Leidenschaft fürs Kino ja sowieso in die Wiege gelegt worden. Berühmte Stars wie Mario Ardorf oder Sarah Leander als Gäste der Familie zu erleben, das war für uns ganz normal. Und die Tatsache, dass wir uns alle dem Erbe unseres Großonkels und unseres Vaters verpflichtet fühlten, schweißt zusammen. Auch wenn es im Alltag natürlich schon mal Streit und Konflikte gibt. Das bleibt auch bei uns nicht aus. Wie sieht es denn bei Ihnen aus mit der Arbeitsteilung? Wer ist wofür zuständig? Also, ich kümmere mich vor allem um die Bestellung von neuen Filmen. Meine Schwägerin hat zum Glück ein super Zahlenverständnis und macht die Buchhaltung. Und die beiden anderen sind verantwortlich für die Werbung und das Personal. Das Programm entscheiden wir aber immer gemeinsam. Da ist ein interessantes Stichwort gefallen. Das Programm. Wie ist da so Ihr Profil? Tja, da wir wie alle natürlich auch von etwas leben müssen, ist eine Schiene die kommerziellen Filme, die bei einem breiten Publikum gut ankommen und uns somit den Betrieb finanzieren. Das ermöglicht uns, auch Filme mit einem höheren künstlerischen Anspruch zu zeigen, bei denen wir dann auch schon mal draufzahlen. Und wir bieten regelmäßig Sonderprogramme an. Zum Beispiel für Jugendliche den Teenies Day oder auch mal einen extra Frauentag. Sie haben ja eben von der Notwendigkeit gesprochen, auch wirtschaftlich zu denken. Wie sehen Sie denn so ganz allgemein die Zukunft des Kinos? Oh, da bin ich optimistisch. Ich denke, Kino wird es immer geben. Dann hoffe ich mal, dass Sie mit Ihrem Optimismus recht behalten werden und danke Ihnen für das Gespräch. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vergessen Sie nicht, falls Sie mal nach Hanau kommen sollten, dem Kosmos Kino einen Besuch abzustatten. Ja, danke auch von mir. Und wir freuen uns natürlich immer über Gäste. Das war Frau Pesina aus Hanau. Und nun zu unserem nächsten Thema. Hörverstehen Teil 3 Sie hören jetzt fünf kurze Texte. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 56 bis 60. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Nummer 56 Sie wollen nach Bremen fahren und sitzen im ICE in Wagen Nummer 34. Da hören Sie folgende Durchsage. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen im ICE 782 nach Hamburg-Altona. Unser Zug besteht aus zwei Teilen und wird in Hannover getrennt. Der vordere Teil mit den Wagen 31 bis 37 fährt nach Hamburg-Altona. Der hintere Teil mit den Wagen 21 bis 27 fährt nach Bremen. Ein Durchgang zwischen beiden Zugteilen ist nicht möglich. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nummer 57 Sie haben Lust auf eine große Party zu gehen, haben aber im Moment sehr wenig Geld. Da hören Sie im Radio folgende Ansage. Und hier noch ein wichtiger Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Das Popradio wird volljährig. Wir senden jetzt schon seit 18 Jahren und finden, das muss gefeiert werden. Und zwar ganz groß. Deshalb gibt es am Samstag, den 2. Februar, eine Riesenparty in der Zeche Karl in Essen. Natürlich mit ganz viel Musik und einem Riesenbuffet. Und das Beste daran, der ganze Spaß kostet nur 8 Euro pro Person. Und wer uns zum Geburtstag eine lustige Geschichte über den eigenen 18. Geburtstag schickt, bekommt für sich und eine Begleitperson sogar Freikarten. Die beste Geschichte wird prämiert. Also dann, bis bald! Nummer 58 Sie sind mit einer Freundin zum Spazierengehen verabredet und hören folgende Nachricht von ihr auf ihrem Anrufbeantworter. Hallo, Melanie hier. Ähm, tja, jetzt ist es Sonntagmittag. Wir wollten heute Nachmittag ja eigentlich zusammen spazieren gehen. Aber jetzt ist erstens das Wetter ja wirklich nicht gerade was für ein Spaziergang bei dem Dauerregen. Und außerdem habe ich mich blöderweise auch noch ziemlich heftig erkältet. Und morgen muss ich fit sein. Da muss ich dienstlich nach Magdeburg. Das liegt ja auch nicht eben um die Ecke. Also, ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich das heute jetzt absag. Ich melde mich dann wieder, wenn ich zurück bin. Nummer 59 Sie interessieren sich für klassische Musik, mögen aber die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts nicht. Sie hören im Radio folgenden Konzerthinweis. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir möchten Sie nochmals besonders auf Ultraschall hinweisen. Das Festival für neue Musik, das in den nächsten beiden Wochen hier in Berlin stattfindet. Erleben Sie ungewöhnliche Klänge auf ungewöhnlichen Instrumenten. Hören Sie Uraufführungen. Erleben Sie Komponisten, die ihre eigenen Werke dirigieren. Und vieles mehr. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen unter der Telefonnummer 01805 77 77 77 77 Nummer 60 Es ist Anfang März. Sie möchten mit Kindern von Bekannten in den Nürnberger zugehen und hören im Radio folgenden Hinweis. Der Zustand des Nürnberger Eisbärenbabys Flocke ist weiterhin stabil. Die Kleine war von ihrer Mutter verstoßen worden und muss jetzt mit der Flasche aufgezogen werden. Sie entwickelt sich aber nach den Aussagen ihrer Tierpflegerin prächtig. Sie trinkt jetzt regelmäßig und wiegt inzwischen schon fast drei Kilo. Im April soll Flocke dann erstmals im Freigehege dem Publikum gezeigt werden. Ende des Tests Hörverstehen Und dann ist es sehr wichtig. Sie sich eher nach dem Weg nachdem晚 zuuhören. segments der Nürnberger Zeitung. Aus der Tests Hörverstehen der Tests Hörverstehen der Tests Hörverstehen auch nachdemistisch und die Untertitel des Wachstumsfeld zugehen. Ohne Herr Schatzung, und die Untertitelung im Auftrag des Wachstumsfeld des Wachstumsfelds. und die Tests Hörverstehen Das ist 1. Höre verstehen Teil 1. Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 41 bis 45. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. 20 Uhr die Nachrichten. Berlin. Berlin. Das Bundeskabinett befasst sich heute mit der geplanten Förderung von Spitzenuniversitäten in Deutschland. Dazu wird Bundesbildungsministerin Bulman einen Bericht vorlegen. Sie hat mit den Ländern vereinbart, dass bis zum Jahre 2010 rund 1,9 Milliarden Euro in den Aufbau von Elite-Hochschulen investiert werden. Von dieser Summe will der Bund rund drei Viertel übernehmen. Einzelheiten der Finanzierung sowie mögliche Fachrichtungen und Studienabschlüsse müssen mit den Ländern aber noch abgestimmt werden. Cannes. In Cannes beginnt heute das 57. Filmfestival. Eröffnet wird die Veranstaltung mit Pedro Almodovas Film La Mala Educación. Erstmals seit 1993 wurde wieder ein deutscher Wettbewerbsbeitrag geladen. Mit dem Film »Die fetten Jahre sind vorbei« des in Berlin lebenden Österreichers Hans Weingartner kehrt Deutschland nach elf Jahren wieder in den Hauptwettbewerb von Cannes zurück. Lausanne. Im schweizerischen Lausanne fällt heute eine Vorentscheidung über den Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 2012. Das Internationale Olympische Komitee IOC bestimmt, welche Bewerberstädte weiter in der Auswahl bleiben. Insgesamt bewerben sich neun Städte, darunter Leipzig, zusammen mit Rostock. Die endgültige Entscheidung über den Austragungsort fällt im Juli nächsten Jahres. Darmstadt. In Darmstadt hat gestern Abend ein vierjähriger Junge seine Eltern und die Polizei in Atem gehalten. Der Junge hatte im Flur seines Elternhauses gespielt, war dann aber plötzlich verschwunden. Die Polizei entdeckte den Jungen nach stundenlanger Suche, wohlbehalten auf dem Parkplatz des Finanzamtes Darmstadt, und brachte ihn zurück nach Hause. Wiesbaden. In Hessen suchen noch über 21.000 junge Leute einen Ausbildungsplatz. Für sie standen Ende April nur 9.400 Angebote zur Verfügung. Das teilte die Regierungsdirektion Hessen, der Bundesagentur für Arbeit, mit. Am Tag des Ausbildungsplatzes, am vergangenen Donnerstag, hatten Berufsberater knapp 950 neue Ausbildungsplätze ermittelt. Bei der Veranstaltung wurde weiterhin für die Schaffung neuer Ausbildungsplätze geworben. Ergebnis 439 Jugendliche können noch in diesem Jahr ihre Ausbildung antreten. Hörverstehen Teil 2 Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Und Sie haben dazu 50 Sekunden itinerant, Sie haben damit, wenn Sie die Aufgaben hören müssen. Sie haben deutlich gerecht, also Moschener Shane was vorge JYPTION stolpher. Sie haben in diesem Center für die Mexicancientikal mit der glowing Art und chrischent studiesnet. Sie haben coastofoneuğt, hier erhalten Sie sich für das Studio. Mais was glaube ich, so sehr garantiert. Sie haben viele Einplächer uner Gleichheit. Sie haben vieleів im K centersche seit die découvrativen Fans testen in der compte. Untertitelung des ZDF, 2020 Miriam Pressler ist bei uns zu Gast in Hörensagen. Sie ist Autorin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Übersetzerin und fremdsprachliches Multitalent. Mehr als 30 Bücher hat Miriam Pressler inzwischen verfasst und über 200 Titel aus verschiedenen Sprachen übersetzt. Guten Morgen, Frau Pressler. Schön, dass Sie bei uns sind. Im Juni, genauer am 18. Juni, Ihrem Geburtstag, wird Ihnen die Ehrendoktorwürde der Universität von Groningen verliehen. Freuen Sie sich darüber? Ja, natürlich freue ich mich darüber. Es ist, vor allen Dingen, es ist auch so unerwartet. Und ich habe halt wirklich etwa fünf Jahre lang über Anne Frank gearbeitet und das ist wohl der Hauptgrund dafür. Freuen Sie sich auch darauf, auf die Feierlichkeiten? Sehr. Wenn Sie dann in Groningen sein werden, Sie übersetzen ja sehr viel aus dem Niederländischen ins Deutsche und die Laudatio gehalten werden wird. Wie werden Sie antworten? Ich werde niederländisch antworten. Ich habe noch drei Monate Zeit, um die Sprache auch in der umgekehrten Richtung zu üben. Denn ich brauche ja keine Wörter zu lernen. Passiv habe ich die ja alle drauf. Ich muss nur irgendwie mich dazu bringen, dass ich auch spreche. Das ist nämlich interessant, weil viele Menschen gar nicht wissen, dass man von einer Sprache in die andere Sprache übersetzen kann, ohne diese Sprache auch sprechen zu können. Man denkt automatisch, dass man ja dann können. Das kann man locker. Sie haben die Biografie der Anne Frank geschrieben. Ja, ich habe vor allen Dingen, es hat ja angefangen damit, dass ich die historisch-kritische Ausgabe übersetzt habe. Ja. Das ist ein Riesenbuch. Und dann habe ich eine neue Leseausgabe von Anne Frank zusammengestellt. Die deutsche Übersetzung, die es früher gab, die war nicht besonders gut. Die war von einer sehr alten Frau gemacht. Und die hat, es fehlte ihr der Kontakt zur deutschen Sprache. Und ihre Sprache klang sehr altmodisch. Und jetzt erwähnen wir mal was Privates. Mutter von drei inzwischen erwachsenen Töchtern und Großmutter von wie vielen Enkelkindern, Frau Brex? Haben Sie überhaupt Zeit für Ihre Enkel? Sie machen Lesereisen ohne Ende, Sie schreiben viel. Ja, also ich habe, die Enkel wohnen ja nicht direkt neben uns. Und wenn sie kommen, habe ich natürlich Zeit. Und wir haben angefangen, jedes Jahr mit drei Enkeln in Urlaub zu fahren. Wohin geht's? An die Adria. Und wohin geht's da an die Adria? Ach, irgend so einem Campingplatz in der Nähe von Venedig. Immer derselbe? Bis jetzt, ja. Wie oft waren Sie da schon? Dreimal. Was ist der Vorteil vom Campingplatz? Dass er geschlossen ist und dass die Kinder frei laufen können. Und man kann dort solche Wagen mieten mit Aircondition und Platz und so. Und das ist sehr bequem. Schon die gehobene Campingplatzklasse. Was machen die drei Töchter? Schreiben die alle wie Sie? Nein. Frau Pressler, Sie wurden 1940 in Darmstadt geboren, mitten im Zweiten Weltkrieg hineingeboren in ein Land, das von den Nazis beherrscht wurde. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit? Wann setzen diese Erinnerungen ein? Ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen und meine Erinnerungen haben sehr, sehr stark mit Krieg zu tun. Also ich erinnere mich an Bombardierungen, an Keller und solche Sachen. Das war in Darmstadt? Das war in der Nähe von Darmstadt. In der Nähe von Darmstadt. Und Ihre Pflegeeltern, was für Menschen waren das? Die waren sehr alt. Die haben außer mir noch vier eigene Enkel aufgezogen. Und es waren sehr einfache Menschen, ja. Also Pflegegroßeltern? Ja, eigentlich ja. Und die haben Sie in welcher Art und Weise aufgezogen? Würden Sie nachträglich sagen, das war okay so? Nein. Nicht? Nein. Warum nicht? Möchte ich lieber nicht drüber sprechen. Gut. Sie waren dann in einer Art Internatsschule ab dem 11. Lebensjahr. Welche Menschen waren in dieser Zeit für Sie wichtig? Niemand. Niemand. Ich war sehr allein damals. Dieses Alleinesein, das taucht auch in Ihren Werken zum Teil auf. Kinder, die sich alleine fühlen, die damit Schwierigkeiten haben, aber auch aus diesen Schwierigkeiten wieder herauskommen. Vielleicht frage ich mal nach dem ersten Buch, an das Sie sich erinnern können. Das allererste Buch, da war ich fünf Jahre alt oder vier Jahre alt. Ich weiß es nicht mehr. Ich konnte jedenfalls schon lesen. Ich konnte lange lesen, bevor ich in die Schule kam. Und meine Pflegemutter ist immer putzen gegangen. Und da habe ich von einer dieser Damen ein Buch geschenkt bekommen. Das war ein Reiseführer St. Petersburg. Reiseführer St. Petersburg. Und den haben Sie also verschlungen. Das allererstes Buch. Lange Jahre. Mein einziges Buch. Ihre ersten Leseerfahrungen haben sich wo abgespielt? An welchem Ort? Oh, an sehr vielen Orten. Also zu Hause nicht. Bei uns musste jeder arbeiten und lesen galt als Zeitverschwendung. Ich habe vorwiegend draußen gelesen. Wir hatten einen Schuppen, da war ein Dachboden drüber. Da habe ich sehr gerne gelesen. Da bin ich sehr oft in den Wald gegangen lesen. Und ja, eigentlich wann immer ich konnte. Ich hatte immer irgendwo ein Buch bei mir. Viele Menschen, die später Schriftsteller werden, führen von Kind an schon Tagebuch. Haben Sie das getan? Ich habe einmal Tagebuch geführt. Da war ich noch bei meinem Pflegeeltern. Und meine Pflegemutter hat mein Tagebuch gefunden und gelesen. Und seitdem habe ich nie wieder Tagebuch geführt. Dabei machen Sie ein sehr grimmiges Gesicht. Das hatte also üble Folgen. Das hatte sehr üble Folgen. Die Sie jetzt auch nicht weiter ausführen wollen, nehme ich an. Es wurde bei uns halt schnell geprügelt. Es wurde schnell geprügelt. Also es gab Erfahrungen von geprügelt geschlagen werden in Ihrer Kindheit. Das ist ja wichtig. Das ist auch wichtig, wenn man anfängt zum Beispiel Ihre Bücher zu lesen und verstehen zu wollen, woher kommt das? Warum beschäftigen Sie sich so viel mit solchen... Sie hören jetzt fünf kurze Texte. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 56 bis 60. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Nummer 56. Sie rufen den Wetterdienst an und hören Folgendes. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, Sie sind verbunden mit der automatischen Ansage der Wetterstation in Potsdam. Sie hören die Pollenflugvorhersage des Deutschen Wetterdienstes, ausgegeben heute Mittwoch 10 Uhr. Bis Freitag ist mit starkem Birkenpollenflug an den Seen rund um Berlin zu rechnen. In der Uckermark und der Mecklenburger Seenplatte wird in der Zeit zusätzlich Gräserpollenflug erwartet. Nummer 57. Sie hören folgenden Veranstaltungstipp im Radio. Es ist mal wieder soweit. Frankfurts Banken und Bürogebäude in der Innenstadt können am kommenden Wochenende im Rahmen von Führungen betreten werden. Versäumen sollten Sie es nicht, den wechselnden Blick von Citibank, Japan Center, vom Messeturm, den Zwillingstürmen der Deutschen Bank auf die Stadt, den Main, den Taunus und den Odenwald zu genießen. Wie im letzten Jahr ist auch diesmal mit großem Andrang zu rechnen. Karten gibt es daher auch schon vorher an den bekannten Vorverkaufsstellen, am Empfang des Messeturms, sowie dem Haupteingang der Europäischen Zentralbank, wo der Rundgang auch startet. Nummer 58. Sie interessieren sich für Afrika und hören folgendes im Radio. Lust auf Afrika? So ganz in der Nähe? Große, wilde Tiere im Mondschein sehen? Wer das erleben möchte, sollte zur afrikanischen Nacht im Kronberger Opel Zoo kommen. Am 8. und 9. Juli, jeweils von 21.30 Uhr bis 2 Uhr, können sie Tiere aus der afrikanischen Savanne bei geheimnisvoller Beleuchtung durch Feuerkörbe und Fackeln beobachten. Dazu Feuertänzer, afrikanische Masten, untermalt von den heißen Rhythmen einer Percussionband. Kasseneinlass ist ab halb 10. Nummer 59. Sie wandern gerne und hören im Radio folgenden Tipp. Ja, das Wandern ist es Müllers Lust. Am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr lädt der Wanderverein Grüner Strumpf, alt und jung, zum Ausflug ins Ronneburger Hügelland ein. Durch Eichen und Buchenwälder marschieren wir zur größten Burgfeste Hessens. Treffpunkt der ca. 5-stündigen geführten Wanderung ist die Autobahnraststätte Hanau-Nord. Wen unterwegs der Hunger überkommt, auf der 17 Kilometer langen Strecke sind ausreichend Einkehrmöglichkeiten in landestypischen Gasthöfen vorhanden. Und den, der durchhält, belohnt der Wirt des Burgrestaurants mit Ritterspieß, Grillwürstchen und Schwarzwälder Kirschtorte. Lust bekommen? Dann machen Sie doch mit. Aber denken Sie dran, festes Schuhwerk nicht vergessen. Nummer 60. Sie hören den Verkehrsfunk im Radio. Und nun der Verkehrsfunk. A3 Würzburg Richtung Nürnberg, zwischen Höchstadt Ost und Erlangen West, zurzeit 5 Kilometer Stau wegen eines defekten Fahrzeugs. Vorsicht, der Stau befindet sich hinter einer Kurve. A7 Ulm Richtung Füssen, zwischen Bad Grönenbach und Dietmannsried, Behinderungen durch einen umgestürzten Lkw. A7 Füssen Richtung Ulm, zwischen Kempten und Altusried, ist der linke Fahrstreifen nach einem Lkw-Brand gesperrt. 7 Kilometer Stau. Es gibt eine Umleitung ab Ahlen-Oberloch über die U14. A9 Nürnberg, München, zwischen Baden und Nürnberg. Ende des Tests Hörverstehen A9 Nürnberg, München, zwischen Baden und Nürnberg. A9 Nürnberg, München, zwischen Baden und Nürnberg. Modelltest 3 Hörverstehen Teil 1 Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Tests Hörverstehen Teil 1 15 Uhr die Nachrichten Nürnberg In Deutschland ist nach Angaben von Experten im Mai die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um rund 150.000 gesunken. Demnach hatten ca. 4,3 Millionen Menschen vergangenen Monat keine Arbeit. Das sind 50.000 weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote ging damit binnen Monatsfrist um 0,4 Punkte auf 10,3 Prozent zurück. Vor einem Jahr lag sie noch bei 10,4 Prozent. Bundeswirtschaftsminister Clemens sprach von erfreulichen Maizahlen. Gegenüber dem deutschen Radio meinte er, die Entwicklung zeige, dass man mit den Reformen den richtigen Kurs eingeschlagen habe. Vor allem die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen habe sich günstig entwickelt. Mexiko Russland und Mexiko wollen ihre bilateralen Beziehungen ausbauen. Das vereinbarten der russische Präsident Putin und der mexikanische Staatschef Fox bei einem Treffen in Mexiko-Stadt. Unter anderem verständigten sie sich auf einen Wissensaustausch auf dem Gebiet der Ölförderung und Verarbeitung. Geplant sind ferner Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen sowie über die Zusammenarbeit von Banken. Putin besuchte als erstes russisches Staatsoberhaupt Mexiko. Berlin Schlechtes Wetter, frostiges Konsumklima und die beispiellose Rabattschlacht haben dem deutschen Einzelhandel einen enttäuschenden Sommerschlussverkauf beschert. Mit Preisnachlässen von 50 Prozent lockt man heute offenbar niemanden mehr hinter dem Ofen hervor, sagte der Sprecher des Branchenverbandes HDE, Hubertus Pellengar, gestern. Die Umsätze blieben weit hinter dem Vorjahr zurück und verglichen mit dem Vorjahr rechne man mit einem Umsatzeinbruch von bis zu 5 Prozent. Düsseldorf Ein Gericht in Düsseldorf hat eine Studentin wegen Bombendrohungen gegen den Düsseldorfer Flughafen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Die 28-Jährige hatte im vergangenen September mit mehreren Telefonanrufen den Flughafen lahmgelegt. Am letzten Tag der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen mussten rund 15.000 Fluggäste das Gelände verlassen. Die Studentin muss nun mit Schadensersatzforderungen von rund 1,5 Millionen Euro rechnen. New York Der Präsident der Weltbank, James D. Wolfenson, hat die Haltung der reichen Länder gegenüber der sogenannten Dritten Welt kritisiert. Wenn es dabei bleibe, dass einer Milliarde Menschen 80 Prozent der Ressourcen zur Verfügung stünden und den anderen 5 Milliarden der Rest, werde sich an den Problemen nichts ändern, sagte Wolfenson der Süddeutschen Zeitung. Zudem bemängelte er, dass in den reichen Staaten zunehmend innenpolitische Themen wie die Sorge um Wachstum und Arbeitsplätze die Diskussion beherrschten. Zwar halte er die Welt nicht für unfähig, Probleme wie die Armut zu lösen, doch frage er sich, ob sie den Willen dazu habe. Roding In der Nacht ereignete sich im Erich-Kästner-Kinderdorf in Roding, Landkreis Cham, eine schwere Explosion. Dabei wurde kurz vor Mitternacht das Gebäude in der Wiesenmühle so schwer beschädigt, dass es wohl abgerissen werden muss. Als Ursache für die Explosion nimmt die Polizei fahrlässiges Verhalten an. Einer der Jugendlichen des Dorfes soll in der Werkstatt eine Gasflasche geöffnet und dabei ein Feuerzeug entzündet haben. Die Flammen sind inzwischen gelöscht, die Feuerwehr hat mit der Durchsuchung des Gebäudes begonnen. In den Trümmern sollen vier Tote liegen. Hörverstehen Teil 2 Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Vielen Dank. 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 Das ist ja ganz normal, die Straßenbahn wäre vorbei, da winken die und klingeln und das ist normal. Wie ging es denn los? Und das war ja auch so. Die beiden, die damals sozusagen die ersten waren, die Sie angesprochen haben, wie alt waren die ungefähr? Sven war 13 und der andere war 14. Ja. Und mit denen sind Sie dann wirklich zu irgendeiner Bäckerei und haben was eingekauft? Haben Sie die danach dann wieder gesehen oder war das erstmal eine Geschichte und dann warum? Nee, das hat sich ganz schnell rumgesprochen unter den Kids, dass sie von mir was kriegen. Vor allen Dingen, ich habe mich dann am Bahnhof hingesetzt in Leipzig, das sind so Bänke, das kann man schön hinsetzen. Und habe dann eben gewartet, es hat lange gedauert, das Vertrauen auch zu den Kids, zu dir dann da ist. Und dann dachte ich mir, na gut, Abrisshäuser waren da damals in Leipzig viele. Da habe ich dann in Abrisshäusern mitgeschlafen und um denen zu beweisen, dass ich ihnen helfe, dass ich zu ihnen gehöre, also dass ich sie akzeptiere. Das heißt, Sie haben wirklich, Sie haben natürlich, Sie haben damals noch gearbeitet in einer ganz normalen Wohnung und Sie haben wirklich in Abrisshäusern übernachtet. Das musste man einfach machen, um denen zu beweisen, dass man zu ihnen steht. Können Sie sich noch an Ihre erste Nacht in so einem Abrisshaus erinnern? Ja, ich bin bald gestorben. War das im Winter oder im Sommer? Im Sommer. Immerhin. Ich bin aber bald, trotzdem bin ich bald gestorben, weil das knackte überall und naja, wie das so und so. Dann haben die mir auch einen Weg gezeigt, wo ich langlaufen muss, damit ich nicht runterplauze. Sie sind ja alle kaputt, ist ja ganz klar. Aber ich denke mir, gerade die eine, die war damals elf, die hat bei uns bei Lautverkehrsbetrieben gelernt, die hat studiert. Das Mädel ist top. Wie haben denn damals, heute sind Sie in der Stadt überwiegend bekannt und man weiß, was Sie tun und Sie haben eine Menge erreicht. Aber wenn ich mir das damals vorstelle, so nach den ersten paar Nächten im Abrisshaus, wenn dann damals Kolleginnen und Sie gefragt haben, hast du letzte Nacht gemacht, die war im Abrisshaus, haben die Sie nicht am Anfang auch ein bisschen für verrückt gehalten? Verrückt erklärt haben sie mich. Mein Chef hat gesagt, du hast den Knall. Aber er hat es verstanden und er hat auch immer klein mitgemacht. Denn es ging ja damals los. Ich habe 1990 die erste Kinderweihnachtsfeier gemacht. Vier Bedürftige, da waren es elf Kinder. Jetzt sind es mittlerweile 130, 140, die wir zu Weihnachten, zu einer großen Weihnachtsfeier haben. Da gehe ich am 15.11. gibt es Weihnachtsgeld beim öffentlichen Dienst. Da gehe ich überall sammeln mit meiner Büchse, bei einem Kollegen. Da ist jetzt ja die Büchse, die ich schon erwähnt habe. Genau. Da gehe ich dann sammeln und dann kommen die Wunschzettel von Kids, Gemalde. Und danach gehe ich dann eingreifen bei Galeria Kaufhof und da kriege ich Rabatt. Wussten Sie sich so ein bisschen, es ist ja, es ist Spenden sammeln, das ist eigentlich sehr ehrenwert, aber es hat ja was vom Betteln. Mussten Sie sich überwinden? Nein, ich muss mich nicht überwinden. Ich kenne da nichts. Auch mit Uwe. Nein. Nein. Ich mache es doch nicht für mich. Sind Sie da auch hartnäckig, wenn jemand vor Ihnen steht, von dem Sie wissen, der hat so wenig Geld, nur nicht, nicht gleich ein Millionär, aber der hätte schon genug für mal drei, vier Euro. Und er sagt erst mal, nee, 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 ich habe jetzt keine Zeit, ich gebe nichts. Laufen Sie dem dann hinterher? Das trauen die sich gar nicht. Das trauen die sich wirklich nicht. Sie haben tatsächlich ein bisschen diese Ausstrahlung. Ich muss das zugeben, als ich heute Morgen hänge, da habe ich echt zurückgefasst. Sie hören jetzt fünf kurze Texte. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 56 bis 60. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Nummer 56. Sie hören Veranstaltungstipps für Göttingen im Radio. Was Sie am kommenden Wochenende nicht versäumen sollten? Göttingen lädt am Samstag ein zur Parade der Kulturen. Unter dem Motto, Göttingen zeigt all seine Farben, demonstrieren 2000 Menschen in farbenprächtigen Kostümen mit dekorierten Fahrzeugen für ein vielfältiges und friedliches Miteinander aller Kulturen in der Stadt. Auch kulinarisch ein Schmaus. Französische Crepe, türkische Döner, indische Tandoori-Hühnchen, Empanadas aus Argentinien. Mit einem großen Feuerwerk sowie Musik und Tanz aus aller Welt klingt das multikulturelle Stadtereignis am Abend aus. Nummer 57. Sie hören folgendes im Radio. Gruselige Geister grüßen gräßliche Gruftis. Geisterhafte Nachricht aus dem Jenseits an alle Inlineskater und Skateboardfahrer. Macht mit bei unserem großen Umzug in der Wiener Innenstadt. Mit Schoko und Schabernack erschrecken wir wieder Geschäftsleute und Passanten. Ob als Skelett, Hexe, Gespenst oder Kürbis. Mit Kostüm geht alles, ohne Kostüm läuft nix. Am Dienstag, dem 31.10. um 18 Uhr, trifft sich unsere unheimliche Schar auf der Donauinsel. Auf geht's zum Gruselspaß! Nummer 58. Sie haben einen großen Garten und hören folgendes im Radio. Und hier noch ein Tipp, nicht nur für Hobbygärtner. Am kommenden Samstag öffnet in Köln die Gartenausstellung Köga ihre Tore. Gezeigt werden einheimische und exotische Nutz- und Zierpflanzen, Gartenmöbel, Gartengeräte, Gartenzwerge und vieles mehr. Den einen oder anderen können Sie übrigens auch käuflich erwerben und ins Trauteheim entführen. Parkplätze sind beim Ausstellungsgelände ausreichend vorhanden. Sie können also problemlos mit dem PKW anfahren. Fahren Sie hier zu lieben... Nummer 59. Sie hören den Verkehrsfunk im Radio. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören jetzt unseren Verkehrsfunk. A1 Bremen-Hamburg, zwischen Stuckenborstel und Bockel, einspurige Verkehrsführung wegen Bergungsarbeiten. Viel ist los heute auf der A2. A2 Dortmund-Hannover, zwischen Hamm und Hamm-Üntrop, 4 Kilometer Stau. A2 Dortmund-Hannover, zwischen Oelde und Reda-Wiedenbrück ist die Autobahn in beiden Richtungen gesperrt und im weiteren Verlauf, zwischen Reda-Wiedenbrück und Gütersloh, Vorsicht. Hier befinden sich Personen auf der Fahrbahn. Fahren Sie langsam. Nochmal A2 Dortmund-Hannover, zwischen Herford-Bad-Salz-Ufflen und Herford-Ost. Sieben Kilometer Stau, nach einem Unfall ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Nummer 60. Sie rufen eine Servicenummer an. Liebe Kundin, lieber Kunde. Sie hören den Ansagedienst von Allconnect. Bei uns erhalten Sie Auskünfte, von Auslandsauskunft bis Zeitansage zum Ortstarif. Unter 0613 3x30 stellt Ihnen unser Operator handvermittelte Telefonverbindungen ins Ausland her. Für Telefonkonferenzen ins In- und Ausland wählen Sie bitte die 0620 3x30. Für R-Gespräche steht Ihnen unser besonderer Service zur Verfügung. Ende des Tests Hörverstehen Auslandsinum LLC. Für R-Gespräche steht Ihnen ein Aussagen. Ruhe estoy aus dem Ausland her. Du bist der air. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.